Haare färben In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einfachen Schritten in Photoshop Ihre Haare färben können. Klicken Sie zunächst auf Auswahl und wählen Sie Farbbereich. Ändern Sie die Toleranz nach Ihren Wünschen und wählen Sie danach mit der Pipette die Hauptfarbgruppe aus. Anschließend können Sie mit der Pipette, welche ein Plus auf der Seite hat, weitere Farbgruppen aufnehmen. Mit Hilfe der Toleranz und weiterer Farbgruppen erhalten Sie eine genauere Auswahl des Bereiches, der gefärbt werden soll. Mit einem Klick auf OK bestätigen Sie Ihre Auswahl. Klicken Sie nun auf die mittlere Schaltfläche und wählen Sie Farbton Sättigung. Setzen Sie einen Haken neben Färben und schon können Sie die Haarfarbe ändern. Schieben Sie dazu den Regler zur gewünschten Farbe. Sie können hier nun den Vergleich zu vorher sehen. Den Lassen und Jack, die Aussprache sind Dary of environment. Setzen Sie einen Haken von Bewerbbet'RE im haften ... Steink之前 Gods Adidas ...